Wenn es um Algorithmen geht, dann wird man sehr häufig mit dieser O-Notation hier konfrontiert. Wenn du schon immer wissen wolltest, was es damit auf sich hat und was das überhaupt bedeutet, dann bleib unbedingt dran, denn in diesem Video werde ich dir das erklären. Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und in diesem Video möchte ich dir mal erklären, was die Landau-Notation bzw. die Groß-O-Notation überhaupt bedeutet, was diese darstellt und wie man diese entsprechend deuten kann. Fangen wir dabei an mit einer ganz, ganz einfachen Erklärung dafür, was diese Notation überhaupt beschreibt. Und das ist ganz einfach. Die Landau-Notation bzw. die Groß-O-Notation beschreibt die Komplexität von Algorithmen. Jetzt fragt man sich aber, hm, okay, Komplexität von Algorithmen, was ist das überhaupt? Und es gibt tatsächlich verschiedene Arten von Komplexität, die man hier beschreiben könnte mit der Landau-Notation. Und zwar gibt es da einmal die Zeitkomplexität und die Platzkomplexität. Und diese beiden gucken wir uns jetzt mal an. Fangen wir an mit der Zeitkomplexität. Mit Zeitkomplexität ist ganz einfach die Ausführungsdauer eines Algorithmus in Abhängigkeit zur Eingabemenge gemeint. Die Zeitkomplexität zeigt einem also, wie stark die Ausführungszeit wächst, wenn man mehr Daten in den Algorithmus eingibt. Also wenn die Eingabemenge größer wird. Man sieht an der Zeitkomplexität also das Wachstum der Ausführungszeit in Relation zum Wachstum der Eingabemenge. Sprich, je mehr Daten wir in einen Algorithmus eingeben, desto länger braucht dieser natürlich die Daten zu verarbeiten. Und entsprechend wächst mit mehr Daten natürlich auch die Ausführungszeit. Und dann gibt es ja auch noch die Platzkomplexität. Und da ist es ähnlich wie bei der Zeitkomplexität, nur dass es hier jetzt nicht um die Ausführungszeit geht, sondern um den benötigten Speicherplatz, der für die Ausführung gebraucht wird. Die Platzkomplexität beschreibt also das Wachstum des Speicherplatzbedarfs in Relation zum Wachstum der Eingabemenge. Wir wissen jetzt also, was die Komplexität von einem Algorithmus ist. Aber wofür braucht man hier jetzt die Landau-Notation bzw. die Groß-O-Notation, wie sie auch oft genannt wird? Naja, mit der Groß-O-Notation können wir Algorithmen in sogenannte Komplexitätsklassen einteilen. Und das zeigt uns dann eben, wie komplex ein Algorithmus sein kann. Hier siehst du mal die wohl einfachste Komplexitätsklasse. O von 1. O von 1 bedeutet, dass der Aufwand bei der Ausführung eines Algorithmus konstant ist. Sprich, der Aufwand verändert sich nicht mit mehr Daten, die man eingibt. Es dauert immer gleich lange, den Algorithmus auszuführen. Und man braucht immer dieselbe Anzahl an Speicher, um den Algorithmus auszuführen. Hier wächst also der Aufwand nicht, egal wie viele Daten man in den Algorithmus eingibt. Ein gutes Beispiel für einen Algorithmus, bei dem die Zeitkomplexität O von 1 ist, ist das Lesen eines Array-Indizes. Egal wie groß das Array ist, wenn wir einen bestimmten Index ansprechen wollen, um diesen zu lesen, dann dauert das immer gleich lang. Völlig unabhängig davon, ob in diesem Array jetzt eine Million Werte drinstehen oder nur 5. Ich habe hier zum Beispiel das Array Names, das ist ein String-Array, da stehen ein paar Namen drin. Und hier habe ich eine Variable vom Typ String, die heißt MyName. Und da schreibe ich jetzt einfach den Name mit dem Index 2 hier rein, aus diesem Array Names. Und das ist ja hier dann der Timon und den lasse ich dann einfach in der Konsole ausgeben. Diese Operation hier hat eine Zeitkomplexität von O von 1. Denn wie bereits gesagt, egal wie viele Indizes wir hier drin haben in diesem Array, ich gebe ja hier einen Index an und das dauert immer gleich lang, diesen dann auch zu lesen. Und wenn wir das dann ausführen, dann sehen wir den Timon in der Konsole. Die nächste Komplexitätsklasse, die wir uns anschauen werden, ist die Komplexitätsklasse O von N. Und diese beschreibt einen linearen Aufwand. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz einfach, dass der Aufwand des Algorithmus linear mit der Eingabemenge steigt. Sprich, verdoppelt sich zum Beispiel die Eingabemenge, dann verdoppelt sich auch der Aufwand, diesen Algorithmus durchzuführen. Hier sehen wir mal ein Beispiel für einen Algorithmus mit linearer Zeitkomplexität, also einer Zeitkomplexität O von N. Wir haben hier einen Average-Algorithmus, also eine Methode namens Average, die eben den Durchschnittswert von den Zahlen in diesem Double Array Numbers ausgibt. Wie machen wir das? Naja, wir haben hier einfach eine Summe, die setzen wir anfangs auf 0 und dann addieren wir auf diese Summe einfach jede Zahl drauf, die sich in diesem Array Numbers befindet. Wir durchlaufen also jede Zahl in Numbers und addieren diese auf die Summe und am Ende returnen wir einfach die Summe geteilt durch die Anzahl an Elementen in diesem Array Numbers. Dann haben wir den Durchschnittswert. Warum ist der Aufwand hier linear? Naja, nehmen wir mal an, wir haben hier ein Double Array Numbers, das hat 10 Zahlen. Dann muss diese For-Each-Schleife hier ja nur 10 Zahlen durchlaufen und entsprechend 10 Mal hier diese Summe erhöhen mit den entsprechenden Numbers hier jeweils immer. Wenn wir jetzt sagen, wir haben hier 15 Numbers, dann muss das hier eben 5 Mal mehr durchlaufen werden. Wir haben also dann nicht nur 10 Durchläufe, sondern 15. Und so steigt eben der Aufwand linear mit der Anzahl an Elementen, die wir hier übergeben. Also mit der Anzahl an Zahlen in dem Array Numbers, das wir hier als Parameter übergeben. Und deswegen ist der Aufwand hier linear. Wenn wir also hier mal gucken, wir haben hier ein Double Array Numbers, das hat hier 5 Zahlen und dann geben wir in der Konsole einfach den Average von diesen Zahlen aus. Dann sehen wir, haben wir jetzt hier die Zahl 56,8 in der Konsole stehen. Zu guter Letzt möchte ich noch die Komplexitätsklasse O von n² vorstellen. Bei der Komplexitätsklasse O von n² wächst der Aufwand quadratisch zur Eingabemenge. Der Aufwand des Algorithmus entspricht also der Eingabemenge n hoch 2. Eine Komplexität von n² haben wir vor allem dann, wenn wir zwei vernestete Vorschleifen haben. Also wenn wir eine äußere Vorschleife haben, in der sich dann auch noch eine weitere Vorschleife befindet. Und würde noch eine Vorschleife in die zweite reinkommen, dann hätten wir sogar eine Komplexität von n hoch 3. Hier siehst du mal ein Beispiel für einen Algorithmus, der eine Komplexität von O von n² hat. Und zwar ein ganz klassisches Beispiel, den Bubble Sort Algorithmus. Eine Sache gleich mal vorweg, ich werde diesen Algorithmus hier jetzt nicht im Detail erklären. Dazu habe ich nämlich schon mal ein Video gemacht. Das kannst du in der Videobeschreibung finden. Da wird der Algorithmus also nochmal genauer erklärt, falls du das wissen willst. Aber ganz einfach erklärt, der Bubble Sort Algorithmus, der sortiert die Elemente in diesem Array, das man hier übergibt. Ich habe hier jetzt einfach Zahlen übergeben. Und ja, die werden dann aufsteigend sortiert. Ich habe hier also mal ein Beispiel, eine Beispieleingabemenge. Das sind die Zahlen 25, 55, 17, 87 und 100. Und dann sortiere ich die mit dem Aufruf vom Bubble Sort. Und wenn wir das Ganze dann ausgeben lassen, dann sehen wir, sind die hier nach der Größe aufsteigend sortiert. Und der Grund, warum dieser Algorithmus quadratische Komplexität hat, ist eigentlich ganz einfach. Ich habe es ja gerade eben schon auf der Präsentation erklärt. Wir haben hier einmal eine äußere Vorschleife, die durchlaufen wird. Und zwar so oft, wie wir hier Elemente in dem Array haben, minus 1. Und bei jedem Durchlauf der äußeren Vorschleife wird auch noch eine innere Vorschleife durchlaufen, die dann natürlich auch nochmal viele Male durchläuft. Und zwar so oft, wie wir eben hier j kleiner haben als Numbers.Length minus 1 plus i. Wie gesagt, wenn du diesen Algorithmus genauer verstehen möchtest, dann schau in die Videobeschreibung. Da ist ein Link zur Erklärung. Und ja, das funktioniert jetzt eben hier so, dass die Zahlen von diesem Array Numbers Schritt für Schritt nach oben gebracht werden in der Zahlenreihe, sodass die großen Zahlen immer weiter nach oben schweben und die kleinen Zahlen unten bleiben. Und irgendwann haben wir dann eben durch diese verschachtelten Vorschleifenaufrufe diese Eingabemenge Numbers sortiert. Der Grund dafür, warum das quadratisch ist, ist eben der, dass wir hier diese verschachtelte Vorschleife noch haben. Weil wir ja für jedes Element, das dazu kommt, diese äußere Vorschleife noch einmal mehr aufrufen. Und entsprechend für dieses eine Element diese innere Vorschleife auch nochmal öfter durchlaufen müssen. Wir haben also nicht mit einem neuen Element nur ein Vorschleifenaufruf mehr, sondern hier zwei Vorschleifen, die mehr aufgerufen werden. Und ja, entsprechend wächst der Aufwand, die Komplexität quadratisch. Das ist also die Komplexitätsklasse O von N Quadrat. Und das sind die Komplexitätsklassen, die ich dir hier jetzt für diese einfache Erklärung der Landau-Notation einfach mal vorstellen wollte. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalassen würdest. Und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere doch diesen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wir bringen regelmäßig neuen programmierbezogenen Content wie diesen hier. Und wenn das genau dein Ding ist, dann lass doch auf jeden Fall ein Abo da. In diesem Sinne verabschiede ich mich und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020